Paul hat gerade einen Versuch mit zehnmal Handdunking gemacht, den ich disqualifizieren musste, weil sie mit Moritz mitgegangen ist. Und meine Definition des Rekords, es gab gerade wieder eine kleine Diskussion, war, dass die Hand, wenn sie einmal eine Position hat, die Minute lang so sein muss. Okay, die Minute läuft, die Hand muss in einer Position bleiben. Okay, Zeit läuft. Moritz? Zeit läuft. Diese Position dann muss er halten. Eins. Bring her, Momo. Zwei. Momo, bring her. Drei. Drei. Bring her. Nein. Vier. Vier. Fünf. Jetzt nicht mit Moritz mitgehen, sondern, genau. Sechs. Prima. Nein. Nein. Nein, Momo geht zurück. Jetzt fängt er wieder an, um zu eiern, wie immer. Hier, Momo, bring her. Fein. Das zählt nicht. Die Hand war weiter dran. Da war die Hand, genau. Bring her. Sieben. Sieben war eben. Die Hand ist nicht richtig. Du bist mit Moritz mitgegangen gerade. Bring her. Acht. Bring her. Neun. Das war eben schon neun. Das hat nicht gezählt. Zehn. Bring her. Elf. Okay, genau. Elf waren es ungefähr. Also bei Elf steht der Rekord. Fein. Wie man bei Yoshi gesehen hat, sein Sechzehnter am Profi-Dunking, der war auch genau so ein bisschen drüber über die Minute, aber das ist egal. Wir sind hier mit Tieren und wenn das dann so um eine Minute und noch nicht bei einer Minute eins ist, dann zählt das noch. Fein, Moritz. Also Elf. Freu dich, Nicole? Why? Ja. Nicole kann sich gerade nicht freuen. Nee, der kann nicht viel besser, der blöde Sack. Weil ich ihr die Regeln diktiert habe. Na ja und, dann können die anderen das ja wenigstens noch schlagen. Also Elf. Also Elf. Also Elf. Also Elf. Also Elf. Also Elf.